Yo Leute, was geht ab und damit? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe neue T-Shirts. Also falls ihr Bock habt, es gibt Pflegespion-T-Shirts und zum Beispiel Pflegespion-Tassen. Also schaut gerne mal in meinen Shop. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir reagieren heute auf ein Video von Simplicissimus, denn die Kollegen wurden scheinbar verklagt. I don't know, was da wieder an mir vorbeigegangen ist. Klingt interessant, hat nach einem Tag schon fast eine Million Aufrufe. Na ja, gut, 750.000, aber wir schauen mal rein. Abfahrt. Wir, um genau zu sein in unserem Management, wurden verklagt. Ja, das geht ja gut los. Also ich fühl's. Wie ihr wisst, wurde ich ja auch schon mal verklagt. Was ist da los? Ach, von Healy. Okay, wer erinnert sich, Chad? Healy, die super seriöse Gesundheitsfirma? Nicht? Hat Simplicissimus vermutlich aufgrund des letzten Videos verklagt. Ja, dann mal Abfahrt. Letzte Woche ging es um Healy. Ein tragbares Wunder, das mit Hilfe von Quantentechnologie bei allen möglichen Beschwerden helfen soll. In Wahrheit ist dieses Gerät so gut wie nutzlos. Das war eine Übersetzung von unserem englischen Kanal Fern. Dort ist das Video als Zweiteiler bereits Anfang Dezember letzten Jahres online gegangen. Ach, die haben einen englischen Kanal-Chat? Und das Video gab es schon auf Englisch vor über drei Monaten? Was? Okay, das hab ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, aber gut. Und am 15. Dezember, einem Freitagabend, eine Woche vor Weihnachten, hat uns eine Mail erreicht. Eine Abmahnung. Der Absender, eine internationale Großkanzlei. Aber, by the way, dann ist das ja umso mutiger, dass die nach der Klage das Video einfach auf Deutsch auch noch rausgebracht haben. So, die scheißen einfach auf alles. Klage, aber komm, deutsche Version muss auch noch ballern. Der Vorwurf, unsere Videos würden zahlreiche Falschbehauptungen enthalten. Wir sollen beide Videos umgehend löschen und insgesamt fast 2300 Euro zahlen. Das geht sogar noch, Chat. Ich weiß nicht, bei mir waren es ja insgesamt 3000 Euro. Also 1,5 für meinen Anwalt, 1,5 für die Gegenseite und dann noch ein paar Prozesskosten, I don't know. Ihr kusst nochmal an Rezo, der hat mir ja damals ein bisschen meinen wundgesessenen Pupo gerettet. Ohne Rezo wäre ich da ein bisschen doofer rausgekommen. Ha, könnte das eine bewusste Taktik sein, um unsere Berichterstattung einzuschränken? Also haben wir uns gedacht, nee Mann, wir haben sauber recherchiert. Notfalls ziehen wir halt vor gerecht. Ja, sowas, Chat, darf man sich nicht gefallen lassen. Also das sind ja Einschüchterungsversuche. Und ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich damals meine 3000 Euro quasi einfach überwiesen habe, ohne groß noch Remi-Demi zu machen. Weil ich habe mit Christian Solmecke gesprochen und man hätte da durchaus für mich ein bisschen was Positiveres rausholen können. Unterm Strich darf ich zum Beispiel, wenn ich meine Livestreams veröffentliche da, diese Exposed-Videos, muss ich theoretisch gar nicht diese Streamer pixeln. Muss ich tatsächlich nicht. Also das war eine sehr interessante Information, auch hinsichtlich meiner nächsten Exposed-Videos. Gerechtsprozesse sind oft teuer, bedeuten eine Menge Stress und ziehen sich zum Teil extrem in die Länge. Wir sprechen aus Erfahrung. Es kann deshalb sinnvoll sein, sich mit einer entsprechenden Versicherung dagegen abzusichern. Clark, wenn ihr Versicherungen braucht und Simplicissimus unterstützen wollt, dann gönnt euch gerne bei Clark eine Versicherung. Wir skippen das jetzt trotzdem einmal. Versicherungen hochladen. Wir zeigen euch im folgenden Ausschnitt aus dem über 80-seitigen Schriftverkehr zwischen Healy und unserem Anwalt Kai Bodensieg. Dieser Schriftverkehr hat sich über drei Monate hingezogen. Wir berufen uns dabei auf das Zitatrecht. Gehen wir Healy's Vorwürfe mal. Ich sage euch auch ehrlich, so Anwaltsschreiben, ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie mit Anwälten zu tun hat. Das zieht sich alles so ins Unendliche. Also du hast einen Fall, so wie ich, ich werde verklagt oder wie Simplicissimus, die werden verklagt oder abgemahnt, whatever. Dann musst du dir erstmal einen Anwalt suchen, der Zeit hat. So, der Anwalt braucht dann eine Woche, um zu schreiben. Die Gegenseite braucht ja eine Woche, um zu antworten. Teilweise schicken die sich fünf, sechs Briefe hinterher. Ja, da hast du schon sechs Briefe von der einen Seite, sechs von der anderen hast du schon mal zwölf Wochen, drei Monate, easy peasy vergangen. Ohne, dass überhaupt was geklärt ist. Dann Gerichtsprozess, bis der terminiert ist, mitunter seid ihr Jahre beschäftigt. Erstens, Falschbehauptungen. Healy sagt, wir würden in unserem Video eine Vielzahl unwahrer Tatsachenbehauptungen machen. Zum Beispiel, indem wir sagen, dass der Healy angeblich die Frequenzen von Milliardenzellen in Echtzeit auslesen kann. Die ganze Pseudowissenschaft rundherum mal vorausgesetzt. Healy sagt, diese Behauptungen seien schlicht falsch. Damit würde Healy nicht werben. Unsere Aussagen, die Healy kritisiert, leiten sich aber alle aus dem Pseudowissenschaftlichen Theorien von Markus Schmieke ab. Das ist der Gründer von Healy und ein angebliches... Genius, Genius, Genie, Genie. Auf diese Theorien beruft sich Healy schon fast... Echtzeit, woran merkt man, dass diese Firmen unseriös sind? Sie drohen dir direkt mit irgendwelchen Klagen, Abmahnungen oder whatever. Die wollen gar nicht ins Gespräch gehen. Die wollen euch gar nicht davon überzeugen, dass das Produkt wirklich hilfreich ist. Weil wir wissen alle, Healy ist faktischer Scam XXL. Da ist gesundheitlich gar nichts drin. Das ist ähnlich wie Homöopathie. Das ist alles so ein bisschen Placebomäßig. Aber für die Preise, die da verlangt werden, dann gönnt euch lieber Homöopathie und nicht diese 3000, 4000 Euro Healy-Scheiße. Satirisch auf ihrer Page wissenschaftliche Basis, wie Kai schreibt. Er gibt zur Entgegnung außerdem einige Passagen aus einem Aufsatz von Markus Schmieke wieder. Darin geht es um Informationsfelder und wie diese mit Körper und Geist durch Quantenverschränkungen zusammenhängen. Kai fasst das so zusammen. Das klingt zunächst stark nach der Macht in der Filmreihe Star Wars und dürfte wohl auch ähnlich realistisch sein. Hui. Wir geben... Was? War das als offizieller Schriftzug in dem Anwaltsschreiben? Sieht so aus, ne? Nein. Hui. Wir geben die Aussagen von Healy in unserem Video einfach in komprimierter Form wieder. Zusätzlich schreibt Kai, Da keine der Theorien des Herrn Schmieke einem wissenschaftlichen Beweis zugänglich sind, kann es sich insofern auch nicht um Tatsachenbehauptungen handeln, die definitionsgemäß dem Beweis zugänglich sein müssen. Ey, Jet, ich feiere das, wenn Anwälte so ein bisschen mit Ironie schreiben. Dass die quasi die Gegenseite so ein bisschen vorführen, wenn die absolut nur Scheiße labern. Ja, das feiere ich. Dass man den Menschen nicht nur sachlich vor das Fressbrett haut, sondern auch mit einer gewissen Ironie. Das haben die einfach verdient. Ja, es ist einfach bodenlos. Healy, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas erwirkt wird von denen. Healy wirft uns außerdem vor, dass wir wahrheitswidrig behaupten würden, es gäbe überhaupt keinen Quantensensor. Healy argumentiert, der Rauschgenerator, der sich auf der Rückseite der Hauptplatine befindet, nutzt wiederum Quantenphänomene, um das Rauschen zu erzeugen und lässt sich daher zutreffend als Quantensensor bezeichnen. Aber naja, eine Infrarotdiode Quantensensor zu nennen, macht sie halt einfach nicht zu einem Quantensensor. An echten Quantensensoren arbeitet zum Beispiel das Fraunhofer-Institut. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die definieren irgend so einen Infrarotschrott für 14 Cent als irgendwelchen bahnbrechenden Sensor, der für über 1000 Euro verkauft wird. Quantensensor, whatever, was eine blöde Kacke. Und das Schlimme daran ist, Chat, das habe ich auch in der Reaction zu dem eigentlichen Simplicissimus-Video schon gesagt, dass es Menschen gibt, die wirklich ihre letzte Hoffnung an dieses Gerät knüpfen. Ja, Krebserkrankungen, schwere Krebserkrankungen oder keine Ahnung, whatever, sehr stark psychische Erkrankungen. Und die nehmen sich raus, ihre letzte Hoffnung an dieses Gerät zu knüpfen und du wirst da so gescammt und dir wird dein letztes Geld aus der Tasche gezogen. Bah. Im Zweifel könnte man das auch nochmal wissenschaftlich checken lassen. Wir hätten kein Problem damit. Kai schreibt, Auch die Behauptung, ein Rauschgenerator, also ein Gerät, das etwas generiert, wäre ein Sensor, also ein Gerät, das etwas misst, ist schon sprachlich nicht nachvollziehbar. Unseren Joke mit Michael Scott aus The Office fand Healy auch nicht so richtig funny. Wir haben eine brillante Szene der Show herangezogen, um bestimmte Charakteristika von Multilevel-Marketing-Systemen hervorzuheben. Healy wirft uns vor, wir würden damit und auch an anderen Stellen den zwingend unwahren Eindruck, das Vertriebssystem sei ein Schneeball- bzw. Pyramidensystem erzeugen. Nein, Chad! Wenn wir das Video gesehen haben, wissen wir ganz klar, Healy ist alles, aber kein Schneeballsystem, oder? Chad, sag mal ehrlich, Schneeballsystem glaube ich nicht, oder? Dass die das sind? Nein, um Gottes Willen! Dabei scheint Healy für uns diesen Eindruck eher selbst... Ja, was ist es, Chad? Also wenn das kein Schneeballsystem ist, dann verstehe ich das System dahinter nicht. ...s zu erwecken. Zum Beispiel im Vergütungsplan, wo Healy mehr als einmal eine Pyramide als Schaubild benutzt. Die nutzen sogar Pyramiden als Schaubilder! Das ist der Inbegriff eines Schneeballsystems! Verstehen die das vielleicht nicht? What is... was ist mit denen los? Darauf weist unser Anwalt auch hin. Wir erklären im Video, dass es begründete Kritik an der Praxis von MLMs gibt. Nachdem wir einen Artikel zitieren, in dem steht, dass 99% der Mitglieder von MLMs Geld verlieren, sagen wir anschließend das hier. This of course doesn't have to be true for Healy. Oh no, ist das etwa eine faire Einordnung? Diesen Satz von uns erwähnt Healy in ihrer Abmahnung natürlich nicht. Übrigens erwähnen wir die Begriffe Schneeball- oder Pyramidensystem an sich nicht mal. An keiner Stelle in unserem Video. Aber das ist schön, dass das Healy aufgrund der Berichterstattung von Simplicissimus selber zum Entschluss gekommen ist, dass das darauf hinausläuft, dass die ja ein Schneeballsystem haben. Ja, Einsicht, Chad, ist ja der erste Weg zur Besserung. Wir behaupten auch nirgendwo, dass Healy's MLM Ja, da hilft nicht mal mehr die Bratpfanne, ist so. MLM rechtlich unzulässig wäre. Aber hey, versuchen kann man's ja mal. Also wenn man das so aus der Perspektive betrachtet, kann man das halt schon so sehen. Also wäre jetzt jedenfalls nicht verkehrt. Kai weiß die Vorwürfe von Healy in allen Punkten zurück. Er schreibt, Wer sich mit seinen Produkten in den Bereich des Fantastischen begibt, muss mit einer kritischen Auseinandersetzung leben. Bruder, ey, ich lieb's. Ich lieb's. Am 3. Januar 2024 geht beim Landgericht Hamburg dann ein Antrag auf einstweilige Verfügung gegen unser Management ein. Wir sollen die Aussagen unterlassen und bei Zuwiderhandlung solle ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000 Euro festgesetzt werden. Das ist üblich. Also das stand tatsächlich bei mir in der Anklage beziehungsweise in der Abmahnung damals auch drin, dass wenn ich gewisse Dinge noch mal sage und nicht zu 100% belegen kann, muss ich eventuell bis zu 250.000 Euro zahlen. Ja, Chad, und wenn ihr wisst, was so ein durchschnittlicher Krankenpfleger auf einer Intensivstation verdient, muss ich für 250.000 Euro den ein oder anderen Patienten gesundheitlich versorgen. Und das über eine ganz lange Zeit. In dem Schreiben wiederholt Healy seine Vorwürfe gegen uns. Falschbehauptungen, Schmähungen, unwahre Eindrücke. Healy möchte, dass wir unsere Videos sofort offline nehmen. Machen wir natürlich nicht. Stattdessen antwortet Kai am 10. Januar auf den Antrag. Healy selbst sagt mehrmals, dass die medizinische Wirksamkeit ihres Produktes wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist. Junge, was willst du denn mehr? Die geben das sogar zu. Alter, die sind auch so hohl, ne? Daraus Schlussfolgern wir, alles, was das Unternehmen über die medizinische Wirkung des Heelys sagt, ist auch vor Gericht nicht beweisbar. Das wiederum würde bedeuten, dass sämtliche Werbeaussagen und Aussagen über die Funktionsweise der Heely-Geräte nichts anderes darstellen als Meinungsäußerungen. Wir machen nichts anderes. Wir interpretieren Heelys Meinungsäußerungen und setzen uns mit ihnen auseinander. Chat, wisst ihr was? Ich glaube, um das mal zusammenzufassen, ich glaube, diese Firma, also Heely, weiß schon ganz genau, dass sie mit so einem Anwaltsschreiben vermutlich nichts erreichen können. Aber alleine so eine Androhung von irgendwelchen horrenden Strafen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro, bla bla bla. Ich sage euch, viele YouTuber, und ich damals auch, die knicken bei so einer Abmahnung sofort ein, weil die Angst haben, ey, ich kann mir das nicht leisten, wenn das nach hinten losgeht, was mache ich denn dann? Ich bin pleite für mein Leben. Und die haben vermutlich einfach gehofft, dass sie mit Simplicissimus einen YouTuber haben, den sie einfach abmahnen können. Die Videos gehen offline und die haben Ruhe. Das ist natürlich geschäftsschädigend für die, aber zu Recht. Es ist ja eine ganz neutrale Berichterstattung gewesen im Prinzip, die nun mal die Fakten zusammenfasst. Und die Fakten belegen einfach, dass dieses Produkt der größte Haufen Scheiße auf dieser Erde ist. Was soll man dazu sagen sonst? Unser gutes Recht. Kai ordnet Heelys Vorwurf so ein. Insgesamt sind daher alle angegriffenen Aussagen durch die Presse und Meinungsfreiheit gedeckt. Insbesondere kann jemand, der mit einem Produkt aggressiv am Markt mit nicht belegbaren Aussagen wirbt, sich kaum darauf berufen, dass die inhaltliche Auseinandersetzung mit seinen Aussagen nicht dem eigenen, wissenschaftlich nicht belegbaren Gedankenmodell folgt. Hoi joi joi. Wie Kai erklärt, geht es hier also bestenfalls um einen philosophischen Meinungsstreit in einer theoretischen, nicht realen Wissenschaft wie bei Star Trek oder S- Eww, ich, ah, diese Verweise zu Star Trek. Geil, feier ich. Star Wars. Ich hasse euch! Heely verstrickt sich in ihrem Antrag zum Teil innerhalb einer Seite in Widersprüche. So schreiben sie an dieser Stelle, dass ihr Produkt nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder Beschwerden und schon gar keine als unheilbar geltenden Krankheiten wie Krebs zu heilen. Moment mal, Moment, Moment. Chat. Haben die nicht aber genau das behauptet? Genau das haben die doch behauptet, meine ich. Also in kurz, Heely hat keine heilende Wirkung bei körperlichen Beschwerden. Dann heißt es zwei Absätze weiter, ein Heely dient vielmehr dazu, die menschliche Gesundheit beziehungsweise eine Schmerzbehandlung zu unterstützen und als kleiner Helfer gegen Schmerzen zu fungieren. Alter, Chat. Was ist denn ein kleiner Helfer gegen Schmerzen? Wisst ihr, was ein kleiner Helfer gegen Schmerzen ist? Eine Tablette Ibuprofen 600. Alter. Also kurz, Heely unterstützt den Körper bei der Heilung. Ja. Hä? Dies ist diametral widersprüchlich, schreibt Kai. Dann Verstehen die doch schon gar nicht. wird es richtig wild. Heely antwortet eine Woche später am 18. Januar auf das Schreiben unseres Anwalts. Der Ton wird rauer und sie nennen uns jetzt ein obskures Online-Angebot. Weite Teile des Textes sind jetzt fettgedruckt oder unterstrichen. Ioooooooh, ey, wie im Kindergarten, geil. Aber naja, die Nutzung von Fettschreibung und Unterstreichung führt auch nicht dazu, dass die Behauptungen der Antragstellerin richtiger werden. Auf einmal bestreitet Heely, dass Jonathan Jerry, der Experte, den wir interviewt haben, wirklich ein Wissenschaftler ist. Was steht hier? Master's Degree in Molecular Biology, Experience in Cancer Research, Human Genetics, Rehabilitation Research. Lol. Was hat Markus Schmieke noch mal studiert? Auch beim Thema Quantensensor ändert Heely plötzlich ihren Kurs um 180 Grad. Plötzlich schreiben sie, Die Antragstellerin behauptet also gerade nicht, dass sich in einem Heely ein Quantensensor befindet. Junge, also das ist, die müssen doch einen Plan haben. Wenn die doch jemanden abmahnen wollen, dann müssen die doch auch bei einer Aussage bleiben. Die können doch nicht in drei Briefen fünf verschiedenen Ansichten vertreten. Warte, warte. Aber vor einem Monat meinten sie doch noch, Unzutreffend ist zudem ihre Behauptung, ein Heely enthalte keinen Quantensensor. Jet, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Und es wird noch witziger. Allein die Aufmachung des Beitrages suggeriert dem Betrachter jedoch, in einem Heely sei noch immer ein solcher verbaut, was die Antragstellerin aber eben nicht mehr behauptet. Ja, das haben wir gestern noch behauptet, dass wir da so einen Quantensensor haben. Wir haben uns aber noch mal intern besprochen und sind ja jetzt der neuen Ansicht, dass wir das irgendwie doch nicht verbaut haben. Also, heute so, morgen so. Naja. Der so erweckte Eindruck ist daher nachweislich unwahr. Ja. Die machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt, Jet. Erst sagt Heely sinnbildlich, schaut hier, es gibt einen Quantensensor, ihr lügt, wenn ihr sagt, es gibt keinen. Jetzt sagen sie, nee, es gibt gar keinen Quantensensor, ihr lügt, wenn ihr sagt, dass wir das behaupten würden. Alles klar. Alles klar. Wir haben das noch mal gecheckt und kurz vor der Veröffentlichung dieses Videos spricht Heely in ihrem eigenen Schulungsmaterial noch immer von einem Quantensensor. In allen drei... Junge, haben die einfach einen am Sender? Also, lol. Im wahrsten Sinne des Wortes. Modi, ob Echtzeit, Resonanz oder Auswahl, wird der Quantensensor des Heely eingesetzt. Kai weist am Ende... Junge, was für ein Quantensensor. Wir reden hier von Infrarot, das kostet gar nichts und hilft dir schon mal recht nicht. Erneut alle Vorwürfe zurück. Wir haben... Ich möchte 1000 Millionen Bratfahnen im Chat. Jetzt! ... keine Falschbehauptungen gemacht, sondern aus Heelys Meinungsäußerungen Schlüsse gezogen. Wir haben keinen falschen Eindruck von Heelys Vertrieb erweckt, sondern auf die pyramidenförmige Struktur des MLM-Systems hingewiesen. An dieser Stelle scheint die Expertise der internationalen Großkanzlei und die gut organisierte interne Rechtsabteilung mit umfassender Erfahrung aus über 25 Jahren im Direktvertrieb so langsam an ihre Grenzen zu stoßen. Ende Januar telefoniert der Vorsitzende Richter des zuständigen Landgerichts mit Heelys Anwälten und teilt mit... Kuss, Chat, Kuss. ...dass bei vorläufiger Würdigung keine Erfolgsaussichten des Antrags bestehen. Vereinfacht sinnbildlich gesagt, ihr könntet jetzt schon vor Gericht ziehen gegen die Jungs, aber eure Chancen stehen echt nicht gut. Am 5. Februar hat Heely ihren Antrag auf einstweilige Verfügung in allen Punkten zurückgezogen. Jo, boah, sind die lächerlich, ne? Also wie sehr, Chat, wie sehr will sich ein Unternehmen blamieren? Die widersprechen sich mehrfach in diversen Briefen, stellen dann fest, boah, Kacke, wir haben ja voll die Scheiße gelabert und ziehen dann alles zurück. Ist das unangenehm, ist das unangenehm. Einen riesen Dank an unser Management OneUp für den Support und besonders an Kai, der uns da... Ja, Kuss an Kai. Kai sieht sehr sympathisch aus, also falls ihr Rechtsfragen habt, wendet euch an Christian Solmöke natürlich und an Kai. ...bei begleitet hat. Was bedeutet das alles? Für uns spricht das Verhalten von Heely Bände. Heely, die Firma, die das englische Wort für Heilen im Namen trägt, will augenscheinlich nicht, dass man sie dafür kritisiert, dass sie den Anschein erweckt, ihr Gerät könne irgendetwas heilen. Aber warum sollte man sich so ein Gerät sonst kaufen? Noch interessanter als all die Vorwürfe, die uns Heely gemacht hat, sind all die Punkte in unseren Videos, gegen die Heely nicht vorgehen wollte. Zum Beispiel, dass wir in Frage stellen, ob Markus Schmieke wirklich ein ehemaliger Konzertpianist, Schachmeister oder Mönch ist und ob er studiert hat. Oder dass wir daran zweifeln, dass die Entwickler des Heelys echte Ärzte, Wissenschaftler oder Ingenieure sind. Ja, Chad, was viele nicht wissen, ich war auch lange, lange, lange Jahre, bevor ich Pflegekraft geworden bin, war ich mal Kaiser von China. Das weiß nur keiner, ja? Ist halt so. Oder dass Heelys Compliance-Team für uns zu wenig gegen Falschinformationen und übertriebene Behauptungen in sozialen Medien unternimmt, falls es überhaupt existiert. Oder dass wir finden, dass Heely die Kennzeichnung als Medizinprodukt gezielt nutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass staatliche Behörden die Wirksamkeit geprüft hätten. Oder dass wir den eigentlichen Materialwert eines Heelys im Video auf nur 30 bis 50 Euro schätzen, bei Verkaufspreisen von bis zu 4.000 Euro. Ja, Chad, das Problem an diesen Preisen ist, natürlich ist das nicht gerechtfertigt, aber Heely verkauft nicht nur das Material, sondern die verkaufen, und das ist das Ekelhafteste an der Geschichte, die verkaufen eine Hoffnung, eine neue Lebenshoffnung, Mut und Zuversicht, das verkaufen die. Und das verkaufen die zu diesen Preisen auf einer höchst moralisch verwerflichen Ebene. Und die Menschen erhoffen sich wirklich als letzte Lösung, dieses Gerät kann Krankheiten heilen. Und das ist ekelhaft. Ekelhaft. Oder die Tatsache, dass 4,28 Millionen Euro für einen uns unbekannten Zweck an eine seltsame Firma in Bratislava fließen. Ja, Steuerhinterziehung, at its best. An der Heely-Hauptanteilseigner Christian Halper und eine gewisse Katharina Schmieke beteiligt sind. Ein wichtiger Punkt im Streit mit Heely, der immer wieder aufkam, war die Frage, ob und inwieweit Heely für die Aussagen ihrer MLM-Verkäufer verantwortlich ist. Also für all die grotesken, widerlichen Aussagen, die allein gegenüber uns gemacht wurden. Die Hilfe bei der Depression unserer Freundin, unserer Rückenprobleme und der Unterstützung unserer Kre... Ja, stimmt. Oh, die haben ja sogar dahin geschrieben und haben gefragt, ob Heely auch Depression heilen könnte. Und was haben die geantwortet, Chat? Was haben die geantwortet? Na klar, alles. Wir können alles. Auch über den ganzen Kontinent hinweg. ...hebskranken Tante in Kasachstan über 3000 Kilometer hinweg. Heely selbst sagt, nein, sie haften nicht für die Aussagen Dritter. Kai hingegen argumentiert, Heely muss sich... Junge, halt die Schnauze. Du trichterst denen ein, dass die genau dieses Produkt so verkaufen sollen. Natürlich haben die eine Mitschuld. Wen willst du hier verarschen? ...Werbeaussagen der eigenen Vertriebsorganisation zurechnen lassen. Insbesondere dann, wenn sie selbst mit hohen Verdienstaussichten ihre Mitglieder besonders inzentiviert und dazu anhält, eigene Werbeaktivitäten zu entfalten. Die Tatsache, dass Heely auch diesen Punkt zurückgezogen hat, wirkt auf uns so, als wären wir mit dieser Auffassung nicht alleine. Man kann zumindest mal in den Raum stellen, ob Heely nicht mindestens eine moralische Verantwortung für all die Aussagen trägt, die... Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr sagt, Chat, aber ich würde jeden einzelnen Influencer privat noch irgendwie verklagen wollen. Das sind alles Unmenschen, die für Geld wirklich ihre letzte Seele verkaufen. Also hätten sie mehr als eine, hätten sie die letzte verkauft. Ja. Das ist so widerlich. Also für Geld... Ich sag euch ehrlich, Chat, ich kriege teilweise durch meine Social-Media-Aktivität auch Placement-Angebote. Und da reden wir über so viel Geld, da müsste ich unter anderem als Krankenpfleger zwei Monate für arbeiten, für ein Placement. Aber wie könnte ich es vor mir selbst verkraften und vor allen Dingen vertreten, wenn ich euch irgendwelche Produkte aufschwatze, die absolut Scam und Scheiße sind für ein paar tausend Euro, ja? Muss jeder selber wissen, ja? Also ich sag euch ehrlich, gönnt euch lieber Holy. Das hilft mehr als Heely. Ist einfach so. Unzählige Menschen jeden Tag über den Heely verbreiten. Passiert das gesamte... Und ich sag euch auch, Chat, wenn ihr euch Holy gönnt, ne? Energydrinks am Tag, muss man auch, also, auch vorsichtig sein. Ja, nicht fünf Energies trinken, sondern ein oder zwei, dann ist gut, ja? Müsst ihr auch bedenken. Nicht alles auf der Welt, was bewirbt oder beworben wird, ist besonders toll, ja? Das Geschäftsmodell von Heely dann allein auf Desinformation? Und kann man Heely dann potenziell für die ganzen perversen Falschaussagen rund um ihr Produkt vielleicht sogar zur Rechenschaft ziehen? Gerichtlich geklärt ist es bisher nicht. Aber das wäre doch mal was. Fazit. Wir haben mit dabei... Ja, ich bin der Meinung und ich bin halt immer einer sehr krassen Ansicht, sage ich mal. Ich finde, man müsste diese Firma, wenn sie etwas verkauft, was etwas bewirken soll, was man wissenschaftlich aber nicht belegen kann, müsstest du von staatlicher Seite aus denen sofort den Verkauf verbieten. Ja, so lange, bis nachgewiesen werden kann, dass das, was sie versprechen, wirklich eintritt. Sonst, finde ich, machen die sich strafbar. Und ich verstehe auch nicht, warum die dieses Produkt weiterverkaufen beziehungsweise vertreiben können. Wobei, das ist doch... Die verarschen ihre Kunden. Und vor allen Dingen, das Schlimmste, die verarschen ihre kranken Kunden. Als gesunder Mensch kommst du nicht auf eine Idee, irgendeinen Heely-Scheiß zu kaufen. Von daher müsste verboten werden beziehungsweise so krass sanktioniert werden, dass es sich nicht lohnt, es weiter zu vertreiben. Ich habe fast ein Jahr zu diesem Unternehmen recherchiert. Wir haben uns durch unzählige Stunden Informationsfeld- und Mikrostrom-Bullshit gequält, uns Influencer- und Werbevideos angeschaut, bei denen man das Massensterben der eigenen Gehirnzellen unter der Hirnhaut kribbeln spürt. Wir dachten wirklich, Ja, ich fühle die Aussage zu 100%. Wir wären durch damit. Aufatmen im Team. Und dann so eine Nummer. Wollte Heely uns mit dieser Klage über eine internationale Großkanzlei gezielt einschüchtern? Glauben Sie vielleicht, dass kritische Berichterstattung gefährlich für ihr Geschäftsmodell werden kann? Hat dieses Verhalten von Heely System? Was hätten wir gemacht, wenn wir nur ein paar tausend Abos gehabt hätten? Eine Lokalredaktion oder ein kleiner Blog wären? Ohne Management an unserer Seite, das uns bei dem Prozess unterstützt. Ohne das nötige Geld für einen Anwalt. Hätten wir uns dann ... Genau das meinte ich. Genau das meinte ich, Chad. Und das ist genau der Punkt. Weil diese Unternehmen sich denken, wir investieren jetzt einen gewissen Geldbetrag und schüchtern diese YouTuber ein. Das hat bei mir damals wirklich wunderbar funktioniert. Ich war ein sehr kleiner YouTube-Kanal und ich habe mit meinen Social-Media-Kooperationen und so nicht wirklich genug Geld verdient, um überhaupt mein eigenes Leben zu finanzieren. Und habe dann natürlich einfach die 3.000 Euro bezahlt beziehungsweise, naja, meine Community hat es bezahlt und den Rest hat Rezo bezahlt. Kuss an der Stelle nochmal. Weil als kleiner YouTuber, wenn du dann so eine krasse Abmahnung bekommst, in der Regel zahlst du einfach die Unterlassung, nimmst die Kacke raus und dann bist du fertig. Weil, denkt dran, Leute, da stehen 250.000 Euro zum Beispiel im Raum. Da kriegt man einfach Angst. Ist halt so. ...überhaupt mit diesem millionenschweren internationalen Konzern anlegen können? Wir haben zum Glück die Mittel, das Netzwerk und euch, um das alles öffentlich zu machen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir wissen nicht, ob es das erste Mal war, dass Healy versucht hat, unliebsame Kritik auf diese Weise verschwinden zu lassen. Wir wissen auch nicht, ob es das letzte Mal war. Wir glauben aber, dass sowas auch anderen passieren kann. Der Fall bestätigt unser Bild von Healy. Für uns ist Healy ein Unternehmen, das aus den Ängsten der Menschen um ihre Gesundheit ein Geschäft gemacht hat. Ein Unternehmen, das in über 50 Ländern weltweit tätig ist, das mithilfe eines fragwürdigen MLM-Systems jeden Tag Hunderte von Menschen überzeugt, bis zu 4.000 Euro für ein Gerät ohne nachgewiesenen wissenschaftlichen Nutzen auszugeben. Überlegt euch das mal, 4.000 Euro. Die Gewinnmarge an diesem Kackprodukt ist so enorm unterirdisch. Achtung, Meinungsäußerung. Wir persönlich finden das ganz schön ekelhaft. Cheers. Ja, Chat. Wir schließen uns der freien Meinungsäußerung an. Platz 2 auf den Trends, oha. Alter, 100.000 Likes? Wie lange ist das Video denn online? Ja, haben die sich auf jeden Fall verdient. Lasst da gerne Support und Liebe da. Aber es ist bodenlos, Chat. Lasst euch nicht von irgendwelchen Firmen da verarschen. Wenn ihr gesundheitlich Probleme habt, dann vertraut auf die evidenzbasierte Medizin und vertraut auf das, was wirklich wissenschaftlich nachgewiesen ist. Lasst gerne, falls ihr meine Reaction bis hierher geschaut habt, als Algorithmus-Kommentar, Scam in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auch immer sehr darüber freuen, wenn ihr meinem Reaction-Kanal eine Chance gebt. Ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und mich ein bisschen supporten. Kostet euch nichts. Unterstützt mich. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Reaction und...